In dem heutigen Tutorial möchte ich herzeigen, wie man mit der DJI Mini Pro bzw. mit jeder Drohne fotografieren kann, auf was man bei den Einstellungen so achten soll und wie man das Ganze dann danach in Lightroom Classic bearbeitet, werde ich auch herzeigen. So, dann kann es einmal losgehen. Ich schicke die Drohne einfach einmal da nach hinten weg und dann machen wir uns Gedanken über die Einstellungen beim Fotografieren. Hier bei der DJI Mini Pro gibt es die Möglichkeit, dass ich rechts unten auf den Automatikmodus wechsle. Und in Automatikmodus ist es dann so, dass die Einstellungen automatisch getroffen werden, also die ISO und auch die Belichtungszeit. Und wenn ich da jetzt hier das Grün der Stadt zeigen möchte, dann drehe ich mich da einmal nach rechts rüber und mache einmal hier ein Foto, indem ich vorne einfach auf den Controller drücke. Ich habe das Ganze bei mir so eingestellt, wenn ich da einmal auf die Einstellungen drauf drücke, dass ich einerseits natürlich auf die Speicherkarte fotografiere und wenn ich da jetzt drauf gehe, habe ich JPEG und RAW. Des Weiteren hier im rechten unteren Bereich gibt es den EV-Wert, also den Exposure Value Wert und den kann ich natürlich noch nachkorrigieren, wenn ich das haben möchte. Denn die Drohne möchte ja immer, also die Kamera der Drohne, die Belichtung auf ein technisch neutrales Grau, also auf eine durchschnittliche Belichtung einstellen und man könnte das hier jetzt natürlich noch nachregeln. Aber im Wesentlichen passt das einmal so. Ich fliege da jetzt ein bisschen höher nach oben und möchte da im Hintergrund die Stadt ziehen. Also geht es da einmal nach oben und hier im linken Bereich kommt jetzt die Donau raus und die werde ich da jetzt einfach einmal fotografieren. Das heißt, jetzt habe ich die Donau auch aufgenommen und die Einstellungen sind wie gesagt automatische Einstellungen, die jetzt die Kamera vorschlägt. Wenn ich hier rechts unten aber auf Auto drücke, dann komme ich jetzt in den Pro-Modus, also in den Professional-Mode. Und da sieht man, dass ich jetzt alle Einstellungen, die ich von einer Kamera auch kenne, direkt vornehmen kann. Also ich habe da jetzt die Möglichkeit, dass ich den Weißabgleich einstelle. Den lasse ich da jetzt einmal auf automatisch. Also hier im oberen Bereich Weißabgleich automatisch. Ich habe JPEG und RAW als Dateiformat, greife auf den Sensor zurück, also 4 zu 3 im Format und dann sind die Einstellungen so total in Ordnung. Wenn ich aus dem Automatik-Modus komme, werden die Einstellungen in den Pro-Modus auch übertragen. Das heißt, hier im unteren Bereich die Belichtungszeit und die ISO wurden automatisch übernommen und ich kann so jetzt natürlich ein Bild aufnehmen. Ich kann aber dann natürlich auch jederzeit hergehen und die Einstellungen entsprechend anpassen. Das heißt, wenn ich die Belichtungszeit jetzt verändern möchte, kann ich hier jetzt einfach die Belichtungszeit kürzer einstellen und so jetzt ein Bild aufnehmen. Was natürlich auch geht und wesentlich angenehmer ist, ist, dass ich hier jetzt auf dem Controller auch die Rädchen so einstellen kann, dass ich hier jetzt die Belichtungszeit durch Bewegen des Rädchens beliebig anpassen kann. Und damit bin ich natürlich wesentlich schneller. Okay, dann richte ich mich da mal ein wenig nach links aus, sagen wir mal so in der Richtung, nehme jetzt den Tilt, gebe da ein bisschen mehr Vordergrund rein, das heißt, so in der Richtung und jetzt fliege ich da mal Richtung Bäume, das heißt, hier so in den Vordergrund, also hier so, dass ich Bäume im Vordergrund habe und dann die Stadt im Hintergrund, vielleicht sogar ein bisschen von der rechten Seite, sagen wir mal von hier, das sollte so eigentlich ganz gut passen. Ich drehe mich da ein bisschen nach rechts rüber und nehme jetzt so das Bild auf. Was man bei der Drohne auch machen kann, ist, dass ich vom Querformat-Modus in den Hochformat-Modus wechsle. Das heißt, ich kann da jetzt mit einer Taste einfach quasi in den Hochformat-Modus wechseln und habe jetzt natürlich eine ganz andere Möglichkeit, das Bild aufzubauen. Ich stelle das einmal so ein, nehme hier jetzt ein Bild auf, neige jetzt die Kamera nach unten, so in die Richtung und nehme auch von hier ein Bild auf. Das heißt, die Möglichkeiten sind da natürlich wesentlich umfangreicher, wenn man sowohl im Quer- als auch im Hochformat fotografieren kann. Okay, was man natürlich auch nie vergessen sollte, gerade wenn man mit einer Drohne fliegt, ist, dass man natürlich auch nach unten fotografieren kann. Das heißt, ich fliege mal da zu mir zurück und richte mich jetzt so aus, dass ich quasi von oben nach unten fotografiere. Aktuell ist es aber so, dass ich quasi von hier hinten in diesem Bereich zu mir her fotografiere. Das heißt, ich mache da einmal eine Aufnahme, werde dann die Belichtung ein bisschen heller einstellen. Das heißt, ich ziehe da mal nach rechts, mache wiederum die Aufnahme und komme jetzt direkt ober mich hin. Ich komme sogar ein wenig nach unten. Natürlich auf den Baum aufpassen. Richte den Gimbal nach unten aus und kann jetzt direkt von ober mir nach unten diese Aufnahme aufnehmen. Fliege da ein bisschen näher ran. Ungefähr in diesem Bereich hier. Mache hier die Aufnahme und schaue auch einmal nach oben. Das heißt, damit man hier jetzt wieder besser reden kann, beziehungsweise wir sind dann ohne dies gleich wieder in Lightroom, werde ich da jetzt einfach einmal an dieser Stelle aufhören. Jetzt bin ich in Lightroom Classic und jetzt kann es losgehen mit der Nachbearbeitung. Und ich würde sagen, schauen wir gleich einmal in Lightroom, was es da mit den Fotos so auf sich hat. Also, ich habe hier jetzt schon die Fotos in Lightroom Classic importiert und habe hier mal das erste Foto geöffnet. Und man sieht hier im unteren Bereich, dass das jetzt ein DNG ist, also ein DNG RAW-File, ein Digital Negative. Die Auflösung ist bei diesem Bild 12 Megapixel. Das heißt, das war ein ganz normales Foto. Man hat aber auch die Möglichkeit, dass man 48 Megapixel Fotos macht, die ich jetzt aber glaube ich gar nicht gemacht habe. Aber das einfach einmal bei der DJI Mini Pro so als kleiner Input. Im Wesentlichen habe ich die Daten hier einfach in diesen Ordner importiert, also hier nach Datum sortiert und einen Namen dazugegeben. Und jetzt kann ich einfach einmal über diese Bearbeitungen drüber schauen beziehungsweise die Bilder anpassen. Was man auch schon sieht, ist, dass natürlich direkt ein GPS, also die GPS-Koordinaten der Drohne mit übernommen wurden. Das heißt also, wenn ich da jetzt auf dieses kleine Icon klicke, dann wird jetzt das Kartenmodul geladen und man sieht, wo diese Fotos jetzt aufgenommen wurden. Das heißt, das ist natürlich auch sehr praktisch, dass ich gleich die original beziehungsweise die richtigen GPS-Koordinaten dabei habe. Ja gut, und jetzt können wir eigentlich einmal mit der Bearbeitung loslegen. Im Wesentlichen ist es so, dass ich ja in RAW und in JPEG fotografiert habe. Das heißt, ich habe auf der Festplatte auch die JPEG-Daten. Hier in Lightroom habe ich jetzt nur die DNG-Daten. Nur unter Anführungszeichen, denn so möchte man das ja haben. Ich wechsle hier jetzt also ins Entwicklungsmodul rein und man sieht, dass ich in diesem Fall hier ein Profil draufliegen habe, weil meine Fotos gleich mit diesem Fuji Classic Chrome hereinkommen. Wenn ich jetzt auf Farbe zurück wechsle, dann ist das quasi das Farbprofil, das ich jetzt auf alle Fotos einmal anwenden werde. Also ich gehe mal daher, switche zum nächsten Bild und wechsle da einfach auf Farbe zurück. Ja, und so sind hier jetzt diese RAW-Bilder rausgekommen. Und jetzt kann ich natürlich, wie ich das einfach von RAW-Bildern gewohnt bin, die Bilder entsprechend anpassen und natürlich jetzt die Einstellungen vornehmen, wie ich das jetzt einfach für diese Fotos haben möchte. Auch hier wiederum werde ich die Tiefe ein bisschen aufhellen. Immer wenn ich die Tiefen aufhelle, gebe ich auch ein wenig Schwarz rein, damit im dunklen Bereich auch wiederum ein bisschen mehr Schwarz reinkommt. Die Lichter ziehe ich ein wenig nach unten und gebe dem Ganzen jetzt noch ein bisschen mehr Dynamik dazu. Und was jetzt bei Drohnenaufnahmen oft sehr interessant ist, gerade weil man ja sehr weite Entfernungen hat, ist, dass man hier auch noch ein wenig Dunstentfernen reinbringt. Dadurch wird dann das Bild generell ein bisschen klarer. Okay, so weit, so gut. Ich nehme mir da jetzt einfach einmal die Einstellungen und kopiere mir die. Das ist hier Mac Command-Shift-C auf Windows-Steuerung-Shift-C und kann zum nächsten Bild weitergehen und das Ganze hier einfach mit Command-Shift-V beziehungsweise Steuung-Shift-V einfügen. Und so kann ich die Bilder einfach einmal anpassen. Hier werde ich einfach ein bisschen heller werden. Das passt soweit. Da auch nochmals eingefügt und ein wenig heller. Und auch hier wiederum Command-Shift-V. Hier bei mir Mac. Und das Ganze ein bisschen heller gestalten. Was natürlich auch sehr interessant ist, ist die Möglichkeit, dass ich hier jetzt in den Maskieren-Bereich wechsle und mir den Himmel automatisch von Lightroom Classic auswählen lasse. Denn jetzt kann ich hier in den Himmel zum Beispiel die Lichter nach unten ziehen, kann den Himmel mehr Sättigung reindrehen und die Belichtung vielleicht auch noch ein wenig anpassen. Eventuell möchte ich hier jetzt die Wolken aber noch hell haben, also ein wenig mehr Weiß rein und das Ganze dann mit der Klarheit noch anpassen. Mit einem Doppelklick auf den Namen kann ich hier auch diese Maske benennen. Ich nenne das jetzt Himmel. Denn wenn ich das jetzt kopiere, kann ich mir beim Maskieren auch den Himmel mitnehmen. Also die Maske Himmel auswählen. Okay, dann gehe ich einmal weiter, füge das Ganze hier ein und wenn ich das jetzt einfüge, dann sieht man, dass Lightroom automatisch den Himmel berechnet und ich habe eben hier jetzt den Himmel auch mit dieser Einstellung von zuvor angepasst. Ich mache das Ganze insgesamt heller. Auch hier füge ich das wiederum ein. Der Himmel wird hier auch angepasst. Das heißt, Lightroom rechnet jetzt bei der Himmelmaske den Himmel neu. Das passt so sehr, sehr gut. Und darum klicke ich da jetzt einmal auf Fertig. Und auch hier wiederum Command-Shift-V oder Steuern-Shift-V auf Windows das Ganze eingefügt und dann passt das sehr, sehr gut. Jetzt habe ich da Bilder, wo ich von oben nach unten fotografiert habe. Da werde ich jetzt die Anpassung einfach einmal so vornehmen. Genau. Und jetzt bei den anderen Bildern, die jetzt aus mehr oder weniger der gleichen Situation sind, werde ich jetzt die Anpassungen vornehmen. Hier ein bisschen mehr Dynamik auch noch rein. Ja, sollte so eigentlich ganz gut passen. Okay. Und wenn ich jetzt ähnliche Fotos habe, wie es in diesem Fall jetzt der Fall ist, dann drücke ich einfach einmal auf die Taste N für die Endview. Oder hier in diesem Fall ist das die Übersicht. Also Endview auf Englisch. Und jetzt habe ich die Bilder nebeneinander liegen. Ich bin hier jetzt auf Automatisch synchronisieren. Klicke einmal auf X, dass ich hier jetzt alle Bilder ablehne und gebe mal die Bilder weg, die ich jetzt nicht brauche. So wie das hier. Mit einem Command-Klick direkt aufs Foto drauf. Das gebe ich weg. Diese drei lasse ich mal da. Also drücke ich auf U. Und jetzt habe ich einfach jetzt diese drei Bilder übrig. Und von den dreien werde ich diesen beiden ein P geben, damit diese Bilder gepickt sind. Ja, so wird das Ganze jetzt ausgesucht. Das möchte ich jetzt in diesem Fall für die Bilder hier auch machen. Und zwar wiederum auf N für die Endview. Habe die Bilder jetzt nebeneinander und möchte jetzt das Bild mit dem Himmel haben. Also werde ich wahrscheinlich, gebe es nochmal rein, ja, das mit dem Himmel wird es werden. So ist es gut. Und von diesen Bildern nehme ich auch wiederum die Auswahl, drücke einmal auf den Tabulator, einmal auf X fürs Ablehnen und gebe da einfach einmal dieses Bild weg und auch dieses hier. Und von diesen dreien werde ich das jetzt auch noch weggeben. Und die beide werde ich mir jetzt mit P markieren, damit sie jetzt ausgewählt sind. Das heißt, ich habe hier jetzt ausgewählte Bilder und die möchte ich jetzt natürlich exportieren und vielleicht irgendwo verwenden, auf Social Media oder was auch immer. Und deshalb kann ich da jetzt in meine Filterpresets reingehen, auf die Pics, was jetzt nichts anderes ist, als Attribut. Und hier bei den Attributen habe ich die Markierung auf markiert eingestellt. Und jetzt kann ich diese vier Bilder markieren und mittels Command-Shift-E exportieren und ich exportiere mir die jetzt einfach einmal auf den Desktop in einen Orden raus für Vero. Das heißt, ich habe das Social Media Netzwerk Vero im Einsatz und da exportiere ich jetzt einfach einmal diese vier Bilder, diese vier JPEGs raus. Das passt eigentlich ganz gut. Und jetzt kann ich Lightroom schließen, in meinen Vero-Account reingehen, dann hier im unteren Bereich auf das Plus klicken und ich möchte da jetzt Fotos hinzufügen und da kann ich jetzt diese vier Fotos per Drag & Drop direkt reinziehen. Dann sind die vier Bilder hier schon herinnen und jetzt kann ich auf Next klicken. Drone Shots for Publisher.ch Verschrieben. So. Und jetzt auf Next und damit kann ich das Ganze dann entsprechend veröffentlichen. Ja, und jetzt kann ich auf meinen Account klicken und habe hier jetzt diese Bilder auch hochgeladen. Ja, man sieht also, wenn man jetzt in RAW fotografiert und in Lightroom Classic damit dann weiterarbeitet, hat man den gesamten Dateiumfang und alle Einstellungen, die man quasi von RAW-Bildern gewohnt ist und das macht das Arbeiten natürlich sehr, sehr genial. Ein kleiner Tipp, der mir jetzt noch spontan eingefallen ist, ist der folgende. Die RAW-Bilder, vor allem die 48 Megapixel RAW-Bilder, sind wirklich sehr, sehr groß. Also man hat hier knapp 100 Megabyte auf der Festplatte. Bei mir sind sie immer so knapp um die 90, aber wie gesagt, sehr, sehr groß. Und man kann das jetzt natürlich auch kleiner rechnen lassen als verlustbehaftete DNGs. Und das zeige ich jetzt noch kurz her, damit man hier jetzt auch Festplatten-Speicher quasi sparen kann. Das heißt, ich gehe in Lightroom zurück und schalte da mal meinen Filter aus und markiere mir da jetzt einfach einmal die Bilder, die wir da jetzt bearbeitet haben. Das sind diese hier. Und damit man sich das besser vorstellen kann, wie groß das Ganze ist, gehe ich einmal hier rüber. Und zu einem Metadaten habe ich hier die Dateigröße eingeschaltet. Das ist jetzt eben ein 12 Megapixel-DNG und man sieht, das hat knapp 23,5 Megabyte auf der Festplatte, was natürlich sehr groß ist. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, ich mache das jetzt einfach nur mal für dieses eine Bild, dass ich das Foto in ein DNG konvertieren lasse. Und hier habe ich bei mir quasi eingestellt, nur die Originale, also nur RAW-Files konvertieren, die Originale löschen und ich möchte eine verlustreiche Komprimierung anwenden. Und wie gesagt, aktuell haben die Daten 23,5 Megabyte. Und wenn ich das jetzt anwende, dann wird jetzt dieses DNG kleiner gerechnet. Ich switche da mal nach rechts und wieder nach links. Und jetzt sieht man, dass das neue DNG, dieses verlustreich komprimierte DNG, nur mehr 5,8 Megabyte hat. Das heißt, ich habe mir da eine Menge Festplattenplatz gespeichert. Also nicht gespeichert, eine Menge Festplattenplatz gespart. Und das mache ich jetzt für diese gesamte Auswahl. Das heißt, in meinem Fall waren das jetzt 15 Bilder mit 20 MB. Also 15 mal 25, sagen wir mal. Das heißt, 350 MB waren das zuvor. Und wenn ich das jetzt runtergebe und eben nur mal 5 Megabyte eingebe, dann bin ich da nur mal bei 75 MB. Also, meine eindeutige Empfehlung, gerade für Daten, die man jetzt nicht original braucht, kann man auf jeden Fall auf verlustfreie Komprimierung, also auf ein verlustfrei komprimiertes DNG, zurückgreifen, das Ganze konvertieren lassen, weil man sich dann eine Menge Festplattenplatz spart. Okay, dann haben wir jetzt gesehen, wie wir die Bilder fotografieren in der Drohne, wie wir im Automatikmodus oder auch im Pro-Modus arbeiten können und wie man das Ganze dann in Lightroom Classic entsprechend entwickelt, bearbeitet, ausgibt, zum Beispiel auf Vero oder wo auch immer als JPEG weiterverwendet und dann zu guter Letzt auch noch, wie man eine Menge Festplattenplatz einsparen kann. Gut, es hat mich sehr gefreut und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao!